Einen wunderschönen guten Tag, wir spielen eine Runde Star Wars Battlefront 2 mit der Beta. Mit dabei sind Dalu und Alex. Jo. Leute, da will ich immer nur einmal schießen, weil wir gerade noch einen guten Shooter gespielt haben. Und ich habe ja einen Autosniper. Immer ein guter Start, aber jetzt fange ich richtig an. Meine erste Runde überhaupt, ich habe gerade zum ersten Mal das Spiel gestartet. Wir spielen den Galaktischen Asalt und du musst die Ion-Distruptor beschützen. Ja, ich habe das Video von Dio und den Pietz gesehen. Da haben wir es aber nicht gut gezeigt. Nee, aber da habe ich erfahren, wenn man das nicht unser Video gesehen hat. Unser kommt doch jetzt erst auf der Map heute, wo ich den Todesgriff mache. Alles klar, ich wollte gerade sagen, für mich ist die Karriere beendet. Ich habe einen Kill, bin nicht gestorben, aber jetzt bin ich auch gestorben. Dann können wir weitermachen. Okay, läuft gerade nicht gut. Und du musst doch noch das Sattmeer-Fedalung machen, ne? Ich spiel jetzt mal hier so ein Hemmi. Du hast mich doch wieder nach meinem gefragt, weil du das Render auch haben wolltest. Das letzte Mal bei Rainbow. Ja, noch, aber die haben gleich den ersten. Der Recht ist, glaube ich, am Mann. Den sehe ich nämlich nicht. Nee, der liegt, der liegt. Oh, oh, oh. Der liegt auf der Straße. Der liegt gut für uns. So, jetzt. Ihr müsst bedenken, wir haben gerade einen anderen Shooter gespielt. Und da bin ich halt, da rusht man mehr rein. Jetzt ist reinrushen nicht. Deswegen, jetzt spielen wir wieder Serious. Ah, hier kann man auch gedrückt halten, die ganze Zeit. Oh Gott, das ist denn. Spiegel ist so krass, um diese Shooter anpacken. Die anderen, die alle spielen. Au, okay. Ich habe, glaube ich, auf Q keine Granate. War nur ein Double-Kill, ey. Der pusht einen davor. Das ist echt gerade eine Horror-Runde. Auf sich so schnell umzustellen, ist gerade echt ein Problem für mich. Ja, das ist echt schwer, ne? Vor allem ist der Shooter hier nicht schnell, ne? Und irgendwie auch nicht so genau. Ne. Das hat mich ja tatsächlich an den Spielen meistens gestört, das ist mal. Das ist ultra ungenaues alles. Ja, okay, aber das ist ja auch realistisch. Du bist ja auch hier manchmal ein Stormtrooper. Da hast du Minus auf Genauigkeit. Ja, die können alle nicht gut schießen. Das ist serious. Oh, was ein Schnüpper. Die rennt zum linken Ionen-Distruptor. Alter, das ist doch Han Solo. Der hat den linken Ionen-Distruptor. Han Solo hat den linken Ionen-Distruptor. Ne, so ein Wurm-Truppler. Wurm-Truppler? Wurm-Truppler. Kann da einer was machen gegen den linken? Wo seid ihr denn? Aua, warum hat er mich getötet? Kann man sliden? Er hat schon eine Karte, ja, okay. Da hat er ja keine Chance. Okay, was ist hier der Officer? Ne, wahrscheinlich eher nicht. LOL, ich drücke immer F. Ja, ich bin jetzt an einem F drücken. Scheiße, okay. Aber jetzt, dann nehmen wir halt eine andere Klasse. Easy peasy. Ich bin ein Sturm-Truppler. Ne, wir sind doch die grünen Druiden. Man kennt sich gar nicht mit Star Wars aus. Energie. Ich bin B45C2. Ja, ich lauf hinter euch. Wir laufen alle in einer Reihe gerade wie so ein Ameisenhauf. Wir sind ja Turin. Das stimmt. Wir haben eigentlich kein Gehirn, oder? A22TO bin ich. Haben wir ein Gehirn? Stimmt. Wie gehe ich denn in Deckung? Will gar nicht. Wie slide ich denn? Lass, man kann slideen. Man kann die Klasse begriffen. Habe ich das nicht gesehen, dass manche slideen, oder vertue ich mich da? Ne, also nicht wie bei Benefit. Oh, ducken drücken dann. Ne, aber ducken ist... Da hinten sehe ich was, aber ich weiß nicht, ob ich das beschießen kann. Ich habe es zumindest nicht getroffen. Kill. Komm da alle, wir greifen links an. Oh, die Rocketmans. Ich weiß wieder. Hä? Ich meinte, das sind cool direkt. Die sind weiter hinten jetzt gespawnt, weil wir weitergekommen sind. Schön immer alt drücken, Leute. Das alt ist mich das... ALTES LEIDEN! ALTES ROLLEN! Ach, wussten wir das nicht mehr? Ja, das habe ich noch... Kapuze, du. Ich habe gerade das ja klar. Ich wusste doch, dass man irgendwie ausweichen kann. Oh, fuck, wurde weg, ist mir gut. Ja, aua, 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 aua. Ja, hier ist er wieder am Killstreaten. Ich hole mal eben hier, ähm, da rein. Was? Ich habe irgendwas aktiviert. Scheiße. Ich dachte eh, wer irgendwie benutzen und... Glaube ich in die Pfeil für dich oder warum sind hinter mir Gegner? Ich def-unser Neon-Deskroppter auf der linken Seite. Ich bin auf der rechten. Soll ich mir helfen oder kommst du alleine klar? Reinforcements available. Ne, ich fliege glaube ich lieber nicht mit irgendeinem Vieh hier rum, oder? Ach komm, ich benutze das jetzt. Was macht das? Afterburner, Heavy Laser, Heatsink. Alles klar. Das geht vollkommen schief, aber ich mach das jetzt. Das dreht er da einfach rum? Was? Wer? So ein Dude? Da ist Han Solo. Han Solo. Da ist ein On-Deskroppter und da geht er down. Oh Gott. Oh Gott. Okay, alles klar. Oh Gott. Wie viele Punkte waren? Ich habe nicht raus, ich bedarfe. Oh Gott. Oh Gott. Heatsink. Heatsink. Hilft das noch? Ne, das war das Falsche. Warte, was bedeutet das? Was willst du uns sagen? Ich habe so ein Luftschiff. Achso. Du versuchst zu fliegen. Ja, richtig. Ich versuche es. Äh, holy shit. Alter, okay. Okay. Missile locking on me? Nein, du Lappen mit der Schordi. Wie viele Points habe ich? Oh Alex, wir sind die Ersten, die vielleicht 5k kriegen. Das heißt, einer Boba Fett, einer Darth Maul. Ich mache nichts ans Flugzeug gerade. Ich versuche nur zu... Aua. Ich würde was willst du lieber haben? Ich bin lieber Darth. Okay, dann nehme ich Bob. Aber mit Boba Fett kannst du geileren Stuff machen. Das ist ja so ein... Noch ein besserer Rocketman. Ich habe irgendwen eliminated. Also ausgeschaltet habe ich mit jemanden. Ist das sowas denn besser? Äh, ja was heißt besser? Äh, du hast den besseren Rocketman. Du hast so eine Raketensalve. So wie die Pharah Ulti in Overwatch. Ich habe... Da muss ich hin. Oh Gott. Oh, ich wurde weggebrommen. Ja, die schießen mit den Ionen-Distruptor. Das lassen wir lieber mal. Na, ich brauche nur 2, 3 Kürze. Oh, bin ich genau. Echte Druiden. Holger, wir haben Tank in uns. Mein Sport. Ich folge dir Alex. Oh, hier hat er... Warum war der eine angemalt? Ich will auch angemalt sein. An der Klasse glaube ich, oder? Yes. Oh. Wie unfest ist das denn? Von hinten beschossen. Ich sehe nicht. Da. Ein Rocketman-Shit. Bin wieder voll drin. Echt? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Wir haben irgendeinen Boost bekommen. Boostet bei... Sonst wem. Bei Darlukat werden wir geboostet. Da versteckt er sich hinter der Kante. Der Bob. Ach komm. Ich habe jetzt 12 HP. Ne, wir nehme ich jetzt. Ich nehme einmal den Officer. Ich habe noch nie gespielt. Wo? Wo sind die? Ich bin Ruffy gerade vor. Ich weiß nicht, wie sie sind. Ich bin einfach, ich bin da, wo ich sie bin. Oder? Bin ich hier, wo ich bin? Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh Gott. Oh Gott. Alter, wir wollen wir auch zu laut. Was habe ich denn? Ich bin nicht gestorben, oder was? Ich lasse mich jetzt sterben, damit ich den Boba holen kann. Das mit den Luftschiffen lasse ich... Ja, aber nimm doch lieber, wenn wir drin sind, oder? Ja, wir sind drin. Ne, wir sind noch nicht. Nein. Nein. Noch lange nicht. Bei mir war gerade... Dude, wir sind noch lange nicht drin, Alter. Oh, er hat Boba. Ich würde den... Alter, der kann ja fliegen. Ja, Boba Fett ist awesome. Boba Fett hat einfach das geilste Raumschiff überhaupt. Ich liebe Boba Fett. Das hier ist auch eigentlich dein Spielmuster, oder? Weil hier auf dem Planeten nichts mit Weltraum... Ja, ja, ich spiele... Also, der Striker ist noch besser für mich. Also, ich hasse ja auch Panzer. Was? Was? Panzer sind raus. Ne, die besten Battlefield war Hardline, weil es kein Panzer gab. Deal with it. Ich bin hier in dem Ding drin. Hab ich den noch endlich lange eigentlich? Ja, ne? Du hast kein Zeitlimit für Boba, bis du tot bist. Was? Weil ich bin nicht Boba. Jetzt können wir rein, oder? Jetzt sind wir drin. Party zone. Äh, oh Gott. Return to... Ist noch nicht ready. Musst du warten. Alter, hab ich Damage gekriegt, dass wir das sind? Boba kommt, Leute. Ich scanne für euch. Ich lieg so langsam nach vorne. Waffe abkühlen. Okay, okay, let's go. Jetzt kommt der Duff. Hast du da? Yes, ich bin schon am Stiesel. Oh, oh. Was ist hier denn drin? Da war alles da drin, hab ich gehört. Ja, das darf. Ich bin mit dir mit. Wuuuuh. Da hab ich ein paar Leseschwerte reingeschlägt. Oh, ich hab da hinten... Todes Griff. Ich bin drin, Leute. Yeah. Alter, hier ist Ray. Ja, hier dann. Da haben wir jetzt hier einen... Und dann... Sieht mich gut... Oh, ich hab Ray gekillt, aber ich bin fast down, Leute. 10 AP, 8. Oh. Willkommen. Regenerier ich Leben mit Duff? Ich glaube nicht, Alter. Nee, ich glaube nicht. Dort, na klar. Ich bin da, Dallo. Ja. Das Fußvolk ist da. Okay, los. Das sind unsere Freunde hier. Ich gerollt. Todes Griff. Ich hab ein Lichtstrap geworfen. Drei gekillt oder so. Da ist es am Start. Da ist ein Tower. Da ist Han Solo. Todes Griff. Okay, ich hab alles geclared. Wer tappt? Okay, tappt. Ist das ein Doreen? Hey, weg da. Klänge. Dedeede. Overheeded, ich kann dich benutzen. Ich bin wieder auf die linken Seite gespawnt. Ich bin wieder da. Tappen. Ich kann nicht, ich darf nicht. Na klar, jetzt tappt doch. Ja, mach. Ich komm auf die rechte Seite rüber zu euch. Oh, ich hab Han Solo gegrabt. Stark. Ah, hier ist irgend so ein Typ. Ach, das ist Han Solo. Han Solo ist da. Schön. Han Super Low. Ich hab mal gescannt. Jetzt tappt doch mal, ey. Oh Gott. Warum wird hier nicht getappt? Das dauert. Ja, es dauert gerade. Das wird tappen. Waiter ist am Stiesel. Komm, wir hier mal rein. Komm, rein hier. Okay, jetzt rüber. Wir müssen auf die andere Seite noch jetzt. Ich geh rüber. Ich hätte gar nicht reingemusst. Holgen Sie mir. Okay. Rein. Ich flieg so langsam. Du Bober? Ja, ich bin Bober. Wir sind... Alter, wir sind Bober und Dingens? Wir machen ja... Er ist am Tappoint bleiben. Der muss einer rein. Ey, wir machen die ja fertig, Alex. Ja, du leuchtest wie ein Weihnachtskuchen. Hat ja gut gemacht. Okay, und jetzt... Ja, jetzt gleich müssen wir die Mitte hoch. Die Mitte hoch? Alles klar. Ja, gleich. Okay, jetzt die Mitte hoch. Ja, ein Drittel. Hinter uns ist ein Stumpf. Dive. Bam, bam. Hab it. Ich muss heilen. Jetzt ist es durch die Mitte, oder? Ja. Die Tür ist noch nicht offen. Oh, sind Sie nicht offen? Ich muss heilen erst. Ich muss heilen. Oh, ich muss aufheilen. Wie heil ich? Warten. Einfach nur out of combat bleiben. Ich habe auch ein Maximum, was ich noch heile. Ja, ja. Okay. Soll Sie bereit? Okay, los. D, 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 D. Regenerieren. Hinter uns ist noch einer, oder? Ich flieg an. Wer den gekriegt hat? Ich bin down jetzt, aber das war awesome. Ich bin doch voll im Combat, guck mal. Not enough points. Ach, shit, ey. Wie viele Punkte sieht man in, wie viele man live... Oh, ich habe nur drei. Ich hätte mit Darth so viele Punkte gemacht, dass ich eigentlich hätte nochmal Darth nein können. Aber das zählt nicht. Du hast nur einmal, ne? Nee, die Punkte, die du als Darth Vader machst, zählen nicht dazu. Oh, nochmal Darth Vader. Ich finde allerdings hier diese anderen Roboter auch ziemlich stark. Ja, der Rocketman ist awesome. Robert, weil dir ein Noob, ey. Der kriegt Pfeile mit, wenn er unterfällt. Das ist... Boah, weil er so fett ist. Oh, ho, 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 ho. So, was ist das? Wir müssen da jetzt gleich rein, ne? Sonst haben wir 45 Tickets. Au. Okay, da rechts stand einer. Ich habe mir gegeben. Ich... Ich habe viele Pfeile. Ich bin hier unten ein bisschen rum im Scoreboard. Ich darf morgens am Start. Wir gehen rein mit Darth. Los. Oh, Taki. Wenn Darth am Start ist. Alex spielt immer noch mit Boba, Rommel. Ja, mit Boba bist du lange am Start. Das ist krass, der Typ, ey. Das ist voll der gute Hut. Das ist richtig, äh, freu. Wegen dem... Wegen dem Raketenwerber kommst du halt so awesome weg. Ja. Ja, man kann einfach hochspringen und dann habe ich keine Songs mehr. Und wo werde ich denn die ganze Zeit beschossen? Wir tappen, wir tappen. Da ist ein Mookie. Ich habe den Mookie weggebombt. Sie sind drin im Throne-Sarf. Ja, ich habe einen. Ah, shit. Ah, die Waffe von ihnen ist nicht so die geilste, oder? Finde ich. Alter, ich habe gerade den perfekten Spot gehabt. Ich habe 3000 Points mit meinem Leben gerade gemacht. Oh, shit, ey. Oh, ich bin echt. Alter, ich bin tot. Boba ist down, Boba ist down. Boba low, oder was? Boba ist down. Wir haben richtig hart gewonnen, Alter. Wir haben's. Victory. 36 kills. Ich habe keine. Ich habe sechs. Ah, die Helden sind immer noch sehr stark. Ja, damit nichts zu tun. Ach was, ich glaube auch nicht. Guck mal, da bin ich überall. Wo denn Alex? Wo ist denn Alex? Da, er will nicht. Eins, drei, sieben, sieben, drei Punkte habe ich. Sehe, Alex nicht. Ha, ich bin Level 2. War noch eine sicke Runde. Wie lange ging die eigentlich? Äh, 16 Minuten. Ja. Ja, gut zu sein. Okay, dann wenden wir hier und machen die Rückrunde im Extra-Part. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, liked da lassen und schaut nächstes Mal wieder rein. Haut rein. Tschüss. Wie lange wird es? Ich bin, ja.